So, weiter geht's mit dem vierten Video, weil ich kann doch nicht speichern. Und das will ich halt. Ich muss speichern. Speichern, 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 speichern. Wenn ich nicht speichern kann, ist MG sehr traurig. Und ihr wollt nicht, dass MG traurig ist. Hm, essen. Und warum? Wieso habt ihr euch denn hier getroffen? Habt ihr irgendwas zu bereden? Hm. Weiter in die Richtung. Hallo. Wie geht's dir? Bleiben hier. Hallo. Ein Skull. Sehr gut. Und schon haben wir... Was? Du hast einen Skull-Token gefunden. Sehr gut. Jetzt haben wir vier. Jetzt brauchen wir nur einen einzigen und dann können wir... Endlich diese dämliche Technik von diesem dämlichen Neandertaler-Schwertkünstler erlernen. Okay. In diesem Abschnitt geht es nichts. Wahrscheinlich müssen wir jetzt wieder durch den Haupteingang abkürzen. Oh ja, bitte. Danke für diese Möglichkeit. Ähm... Ich renne erstmal doch rein. Die... Was? Achso. Nein, so weit wollte ich gar nicht. Ich möchte rein nicht abkürzen. Denn ich möchte euch den Haupteingang. Hallo, Krähe. Schloss Kator. Äh... Wieso kann ich hier nicht rein? Ich... Ich... Hä? Äh, Leute. Das ist doch eindeutig offen, oder? Wieso kann ich dann hier nicht rein? Achso. Jetzt weiß ich, wie das gelöst ist. Ich muss um das Schloss rennen, äh, damit ich in den Thronsaal komme. Ja, achso. Ja, das macht Sinn. Ach, Mann. Gut, dann kürzen wir nochmal ab. Ja, oh, abkürzen. Habe ich hier irgendwas übersehen? Habe ich mit allen gesprochen? Mit dem habe ich gesprochen, dass es der Kopfschmerzen hat, oder? Oh, ma, 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 ma. Der mit den Oreganen in den Haaren. Ma, 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 ma. Nee, dann... Mit dem habe ich noch nicht geredet? Was war ein Albtraum? Ich traue mich nicht aus dem Schloss. Überall sind Monster. Ich wünschte jemand... Äh, ich wünschte jemand. Ein Held würde kommen und uns retten. Hm, ein Held. Ich weiß nicht. Ich schaue mal in den gelben Seiten nach. Vielleicht finde ich einen. Ich weiß, eine Wache des Königs sollte nicht so sprechen, aber... Äh, was sucht er eigentlich hier? Wir sind der Held. Nein, wir suchen den König. Der König. Ich frage mich, wohin er wohl verschwunden ist. Vielleicht gelang es, seine Hoheit zu fliegen. Ha, bestimmt nicht. Das letzte, was ich mitbekam, war, dass er gerade dabei war, einem Händler die Erlaubnis zu geben, die Pfad zum Eispalast zu gestatten. Ha, ihr wollt dort ebenfalls hin? Da gebe ich euch die Erlaubnis. Der König könnte sie nicht mehr übergeben. Da, 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 da... Du hast den Passivschirm von der Wache des Königs halten. Gut, dass ich nochmal mit dem gesprochen habe. Ich meine, wir haben mit ihm gesprochen. Denn wir sind ein Team. Ich und meine Zuschauer, wir sind ein Team. Wir erleben dieses Abenteuer gemeinsam. Hooray! Und weiter geht es. Wir haben endlich den Passierschein. Wir können zum Eispalast. Ich freue mich so sehr. Und ich kann es nicht anders ertragen, hier durchzulaufen, wenn ich nicht singe. Lalalala. Lalalalalala. Ha, gut. Speichern. 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 So. Denkt ihr jetzt ernsthaft, ich renne zum Eispalast in einem vierten Video? Hehehehe. Nö. Ich werde das erst im nächsten Durchgang machen. Also wir sehen uns dann... ...in der nächsten Upload, Massen... ...was auch immer. Durchgang. Von der Region auf der Low-Palast-Chica. Und dann werden wir den Eispalast erstürmen. Bis nachher. Bis nachher.